So, und weiter geht's. Und übrigens, noch zur Information, ich glaube, New Eden heißt auch dieses Einkaufszentrum und das Kapitel ist auch noch diesem Einkaufszentrum genannt. Also auch New Eden. Oder Eden. Oder was auch immer. Auf jeden Fall geht es weiter. Toll, wie noch schön unter... Ah, gebt Ruhe, gebt Ruhe. Ich will euch nur die Waffe annehmen. Kommt schon, kommt schon. Zeit nicht. Ich bin eine Frau. Kommt. Auf Frauen schießt man nichts. Frauen tritt man. Na gut, das ist Vorurteil. Was man damals noch in der Grundschule gelernt hat. Ich zumindest. Aber auch nie angewandelt. Ich bin ja gegen Gewalt. Außer halt im Spiel, wie man sieht. Ähm. Toll. Toll, 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 wo ich bin. Ich weiß ja nicht, wie wir weiter raufkommen sollen. Hier geht es nämlich nicht weiter. Los, los, los. Ja, das ist toll. Weiß ich auch. Hallo. Schön, sich kennenzulernen. Ich will doch nur die Waffe annehmen. Äh, krapsch, krapsch. Fade ist zu einer krapscherin. Habt ihr das gesehen, wie sich gierig nix drin? Genitalien sich renke-ringelt. Oder so. Egal, hör nicht auf meine sinnlosen Kommentare. Auf jeden Fall weiß ich nicht, wie wir hier aufs Dach kommen sollen. Das ist eher mein Problem. Aber ich hab schon eine Schirrrie. Die verfolge ich auch gerade. Du musst aufs Dach fäten. Ja, ich weiß, dass ich aufs Dach muss, alter Mann. Ich weiß nicht, wie alt der Typ ist. Mörg. Oder wie der Typ hieß. Ja, Mörg. Mörg. Komm schon. Ja, dürft ihr hinkommen. Komm schon, Fadey. Darauf können sie dich niemals verfolgen. Sie sind nicht so gelenkig wie du. Manche von euch werden jetzt wieder auf dreckige Fantasien kommen, wenn ich sage, nicht so gelenkig wie du. Aber das ignorieren wir einfach mal. Ja, damit hab ich genau dich gemacht. Auf dem Eingriff gibt's Tragwerke und du kommst aufs Dreckige Fantasie. So solltest du von da oben wegkommen. Okay. Schnell, bevor sie mich noch verfolgen können. Ach, ich hab schon gesagt in den letzten Parts, aber Mirror's Edge ist wirklich ein Spiel, das mit der Angst vor Verfolgen, mehr oder weniger, lebt. Ja, dass man immer verfolgt wird halt. Ich weiß auch gut so. Gibt ja nicht so viele Spiele, in denen man verfolgt wird. Das typische Katze-Maus-Spiel spielt. Oder wie man es auch immer nennen mag. So, ich hoffe mal hierhin können die netten Kollegen uns nicht verfolgen. Äh, okay, wir müssen da rauf. Irgendwie. Noch höher, Bade. Ja, ja. Richtig abhaltig. Oder junger. Ach, Rückenbruch. Schön. Okay, hier rauf, queh und wieder queh. Okay, genau so ging diese Kombi. Ihr wisst schon, bei der ich mir im Tutorial etwas schwerer getan habe. Siehe ich jetzt aber natürlich, wie ich ihm ja kein Angeber bin, wie ich schon in der letzten Folge erwähnt habe. Super gut beherrschen. Ich meine, es ist hier nichts Großes dabei. Hier sehen wir übrigens wieder riesige, riesige Ventilatoren, die uns das Fleisch in Brunnen. Keine Spur von hier. Verstabend, Vorrückung durchs Berge bieten. Okay, keine Spur von hier. Das ist schade. So, hier können wir aber den Schalter auch nicht drücken, irgendwie. Okay. Meine Bege. Hallo, warum stehen wir nicht auf Fade? So, jetzt stehen wir. Können wir ihn jetzt drücken? Jo. Fade ist ja zu blöd, dass sie im Knien Schalter drückt. Oder generell, dass die Schalter nicht haut. Wie, ist euch schon mal aufgefallen, dass du zum Beispiel bei den Liften immer so mit der ganzen Faust draufhauen musst und nicht so gemütlich, mit einer Hand, nicht mit einer Hand, mit einem Finger. Oh, wir müssen da runter. Sorry. Habe ich wieder verquatscht. So, müssen wir denn jetzt hin? Alt funktioniert nicht. Also die Taste, mit der man sich die Richtung anzeigen lassen kann, wo denn das Missionsziel ist. Verfolgen wir einfach diese Gänge. Diese unscheinbar ausziehenden Gänge. Meine Gott, wo ich jetzt... Hoffentlich haben sie mich nicht gesehen. Oh, mein Gott, haben wir ihn gewährt. Okay, sie haben mich gesehen. Haha. Ich bin ein neuer Kollege. Okay. Ähm, darauf ist es nicht mehr wie. Ich bin ein neuer Kollege. Die Eventivierung sind die Wirkste, die wir jetzt hier. Hände ich, die Wechatten. BAM 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 BAM. Eldrug in der Minute, wir müssen jetzt die Wechatten. Ich hab've nie Fade. Was das gedacht? Wettend, die Wechatten mehr. Drake meinte, es gibt auf der anderen Seite des Atrium einen Ausgang. Du musst einen Weg da rübersuchen. Hallo, ich bin ein Blüftmüps. Mess. Der Waffe. Vielleicht raus. Ich bin ein Blüftmüps. Ja, ja, boostiert an sich, oder? Das ist mir egal. Los, los, los. Hm. Die Veränderungen sind immer noch nicht schön. Eine schöne akrobatische Meisterleistung in Belege, um es mal so zu sagen. Ich muss auch wieder etwas versuchen. Sie nehmen immer neue Feinde zu, um die Nerven zu sehen. Ich bin ein Blüftmüps. Sie wollten es nicht. Ich bin ein Blüftmüps. So sind denn die anderen. Ups, oder? Ich will da runter. Ach so, da kann ich. Platz voll. Okay, doch. Oh. Ich muss mich retten noch mehr an. Das ist mir das Problem. Ah, der aber. Gut. Zweite. No money. Toll. Äh. Nehmen wir einfach diese Waffe. Oh. Ich weiß, das ist jetzt nicht im ganzen Sinne der Geschichte. Aber ich hoffe, wir haben hier zu viel da unten. So. Okay, ich komme jetzt keine nach. Sonst war das Ganze was sonst. Okay, ähm. Wir müssen immer noch irgendwie da rauf. Aber wie ist mir immer noch knackig vor die Frage? Ja. Wie? Soll das Fragewort. Ähm. Ich bin immer so da rauf. Das ist mir immer ganz sicher. Also müssen wir irgendwie auf diese Kuppel da ganz oben. Dann haben wir jetzt. Wie kommen wir auf so eine Kuppel? Wer ist für den anderen? Nein. Aha. Äh. Ja, es ist natürlich sehr spannend für euch dazu zu sehen, wie ich überlege. Ist mir echt zu gut. Ja. Bewegung, Bewegung! Okay. Wir sparen wieder. So. Jetzt hat sich das Ganze nichts genutzt. Wee. Glas zu schlagen. Nur bloß Hand in Fake kann sowas halt. Später zu dir. Anke! Gebt Ruhe. Gebt Ruhe. Ruhe hab ich gesagt. So jetzt bin ich hier tot. Ich weiß, das sollte mich eher mehr mitnehmen, aber... Vielleicht finde ich jetzt weh. Nicht. So, hier nochmal ganz rauf gerannt. Darauf müssen wir. Genau, oder? Ja. Wenn ich jetzt da so hinspringe, werde ich nur... Stopp! Ich hab's gesagt. Okay. Ich probier's nochmal mit Anlauf, auch wenn das wohl noch unwahrscheinlich sein wird. Ich hab' da... Ich hab' da noch mal mit dem einen Ja, ich hab' da noch nicht... Ich hab' da noch ein bisschen geblieben. Ich hab' da noch ein bisschen... Ja, ich hab' da noch mal ein bisschen geblieben. Ah, genau. Ja toll. Schön für euch. Okay. Mann, rennen wir mal zurück. Vielleicht finden wir einen zweiten Ausweg. Unwahrscheinlich. Aber vielleicht... Nein, wohl ja nicht. Okay, müssen wir wieder zurück. Sehr schönes Gerungesuche hier im Einkaufszentrum. Diesmal zum Glück auch ohne Feinde. Okay, ich probier's jetzt wirklich mit dem Anlauf. Wow! Hui! Das kann fliegen. Im Fade. Ich sollte meine Stimme schon... Ich meine, das ist schon zwei Wochen. Ich meine, das ist auch nicht mehr normal. Au! Nee! Fade tut dir nicht selbst weh, alles wird gut. Fade, du sollst raufrennen. Ist denn klar, du täuscht es mich? Okay, hier ist die Türfen, weil die schon immer offen. Aha. Noch eine schöne Luft. Oder ich war zu blöd, sie anzusehen. Okay. Also ich hab's übersehen, wenn ich... Okay, auf jeden Fall hab ich jetzt den Weg gefunden. Hier ist Glas. Hier ist Glas. Ähm... Hier ein Trink. Glas. Das muss ich wegmachen. Du solltest hier freie Bahn haben. Den Boran hinlegen. Dann hast du diese... Ding... Wie nennt man das? Stange? Ich weiß nicht mehr, wie hier eine Stange heißt. Oh Gott. Hui. 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 So, hier wieder. Woah. Okay. Hier ist Konzentration und Gefordert. Neuzung. Gut. Gemacht. Fade. Okay, ähm... Hier wieder durch die Luftungsschaft. Hier einleuchten. Ich meine, alles was ruck gekennzeichnet ist. Wie schon gesagt, müssen wir immer hin und... Wir können ja die Feinde auch gar nicht. Das für den Vorteil ausnutzen. Dass wir überall... Überall automatisch hinlaufen, was ruck gekennzeichnet ist. Wir könnten ja mal ein Heli rot anmalen und dann denken sie... Wow. Noch eine letzte Tür. Was solltest du raus sein? Und diesen Heli muss ich hin, wenn ich ja... Die Fade. Und dabei war es nur eine Fall, ne? So. Okay. Mein kleiner Freund scheint zurück zu sein. Ist er der Attentäter? Ich weiß nicht. Aber ich habe eine Vermutung, wer es weiß. Ja, wer weiß das denn, liebe Fade? So. Zwischensequenz. Ich halte wieder meinen... meinen Mund. Meine Fressluke. Wie auch immer. Ich... Ah! Hey, Faithy. Nett, dass du mal vorbeischaust. Nach ein wenig Überzeugungsarbeit war Rupert ziemlich gesprächig. Er hat mir von seinem Treffen mit Popes Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Aber als ich da ankam, rate mal, wer auf mich wartete. Keine Ahnung, Faithy. Ich hole mir da nur meine Brezel. Die Jahreshauptversammlung der Cops. Du weißt nicht zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy. Ich war es nicht. Oh! Oh! Außerdem, wenn ich dich loswerden wollte, hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Rupert ist erledigt. Ich bin beeindruckt. Ich war es nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst. Das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines Date leider beenden, Faithy. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuche, am Leben zu bleiben. Merk? Merk, ich weiß genau, dass du zugehört hast. Haha, was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Pirandello Kruger Security. Bin dran. Wieso fragst du? Ich habe ihren Namen gesehen. In Wilburns Büro. Und noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur, was man erwarten würde. Alle haben Anlagen, Zäune, gepanzerte Wagen, private Sicherheit. Sie beschützen unsere Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Sie haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen bezogen. Gib mir die Koordinaten. Ich sieh mir das mal an. Lauf auf das Gebäude mit dem dämlichen Hundesymbol zu. Die Ladewucht müsste ein Eingang sein. Okay, ähm, was würde ich sagen genau. Plus Minus ein paar Sekunden habe ich jetzt eine halbe Stunde aufgenommen. Das war's dann wieder mal für mich von heute, für heute von Let's Play Mirror's Edge. Nächstes Mal sehen wir uns am Hafen wieder. Wo wir so eine merkwürdige Security-Organisation infektieren werden. Glaub ich halt. Also, bis dann.